Jungen, die Verrückten und herzlich willkommen hier zum fünften Part von Diversity 2 mit den Flashen-MPs. Hallöchen! Hallo! Na? Na? Und ja, letztes Mal beim Flashen-MPs, das haben wir da wohl gemacht. Ja, das könnt ihr da sehen auf dem Kanal. Einfach mal vorbei checken. Und jetzt sind wir in der Arena. Spannende Action war da auf jeden Fall los. In der Arena. Wie es mal gesehen haben. Ja, jetzt sind wir in der Arena. Okay, Visit Trade Shops, okay. Easy, Normal, Hard. Hard. Reset Arena. Nö. Open Blaze, Open Cave Spiders, Open Creepers, okay. Was ist hier? Das ist dann wahrscheinlich der Startknopf. Ja, komm, lass mal Normal nehmen erstmal. Und Blaze. Ja, oder noch irgendwas Schlimmes. Alles? Geht alles? Ja, komm, lass mal einfach alles. Aber nein, Alter, dann sterben wir doch direkt. Ja, dann machen wir erstmal nur eins. Warte, warte, nein, warte. Blaze? Warte, wollen wir einfach anfangen? Dann ist Blaze ja nicht einfach. Warte mal, lass mal Creepers nehmen. Ähm. Äh, oh Gott. Spiders und Zombies, würde ich mal sagen. Äh, ja, du maskern alle Tore auf. Ne, wir haben schon alle aufgemacht, gerade eben. Ja, okay, egal. Wollen wir starten? Ja, klappt schon. Oh Gott. Oh Gott. Wir haben nichts, ne? Wie, wir haben nichts? Ja, wir haben nichts. Was sollen wir angreifen? Ach du Scheiße. Oh, bei mir ruckelt es jetzt aber auch ganz schön hart, du. Ach du Scheiße. Okay, das war keine gute Idee. Oh Gott. Ah. Oh, ich bin tot. Aua, ich noch nicht. Eieieiei. Alter, was sind denn das hier für... Okay, jetzt bin ich auch tot. Warte mal, Trader, was gibt's denn hier? Ein Diamant, äh, ein Stock. Ich sag mal, die Sichtrate wieder ein bisschen runterstellen hier wieder. Wir können auch die... If Trades geglockt, blablabla. Achso, da stand doch gerade, dass ein Kill, ähm, ein Diamant ist oder sowas. Wir können die Resina auch, äh, resetten, ne? Die Resina. Die Arena, zack, pass auf, so. Ja, ja, mach das mal, okay. Resetten wir den Kram. Äh, machen wir mal nur Cave Spiders. Warte, da lag das noch? Oder was? Bei mir gerade nicht. Da machen wir mal easy. Okay, so, warte. Ich muss mal die Sichtweite, glaube ich, runterstellen hier. Aber langsam fängt das nämlich an, hier bei mir auch ein bisschen zu ruckalieren. So. Okay. So, bist du bereit? Äh, ja. So, okay, wir haben jetzt gerade nur die Cave Spiders auf. Wo sind denn die? Ach, da in der Mitte sind, äh, Diamanten. Ja, dann probier die mal zu holen. Zwei Stück, zwei Stück hab ich. Ach, hier, guck mal, das ist auch so gewollt. Ach, du Scheiße. Ui, ui, ui. Komm, kick die in die Mitte. Kick die in die Mitte. Okay, ich geh jetzt mal ganz kurz zum... Oder nee, kann ich ja noch gar nicht. Doch, könntest du, oder? Ja, kann ich. Ich kann mir da einen Stock holen, aber... Ach, du Kacke, hier, das läuft ja wieder. Alter. What the fuck? Warte. Ah, wie viel Leben hat die denn? So kann man ja nicht spielen. Ah, ich bin gestorben. Aua, ey, so kann ja kein Mensch spielen, wenn das so gelackt. So, warte mal, Trader. Äh, ich hol mir jetzt mal einen Stock. So, warte, das machen wir mal an hier. Denn ich setz jetzt einfach mal die Sichtfalte mega runter. Kann ja keiner hier nochmal spielen. Okay, hier. Aua, 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 aua. Die eskalieren hier wieder ein bisschen. Oh, oh, guck mal. Schlag mal mit dem Stock. Ich hab zwei neue Dias. Drei Dias. Ich hab drei Dias, drei Dias, drei Dias. Nice, okay, hol dir schon mal ein Diamantschwert. Okay, so, zack. Warte, beim Trader gibt's ein Diaschwert dafür, oder was? Ne, ein Stock und du hast ja dann so Diamanten. Deswegen kannst du dir das dann craften. Ach so. Oh, hä, wo sind meine Dias hin? Der hat einfach mal die Dias gesnackt. Oh. Gibt das Sachen, dass ich gerade vielleicht reingekommen bin, oder wie? Ja, okay, jetzt hab ich sie wieder. Jetzt hab ich sie wieder. So. Level Requirement, ach. Okay, warte, ich kann ja jetzt auch verzaubern, ne, oder? Ne, irgendwie nicht. Ne, weil da Bücher gerade drum rumstehen. Deswegen können wir nicht auf Level 1 verzaubern. Ja, das ist doof. Okay, egal, wir haben jetzt beide Schwerter. So, okay. Ach du Kacke, jetzt geht's ab hier. So, wo sind denn die Cale-Spiders, ihr Lieben? Sind sie weg? Ne, da oben hängen. Ah, ne, da hinten sind sie noch. Hier hängen noch ein paar. Oh Gott, die Blazes eskalieren schon ein bisschen. So, oh, da kommen die Dias geflogen, du. Oh Gott, oh fuck, oh fuck, oh nein, 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 nein. Ich bin tot. Okay, ich hab sieben Dias. Sieben, acht. Warte, ich hab acht Dias jetzt. Hier, René. Warte, hast du dein Schwert noch, oder was? Ja, ja, ich hab mein Schwert noch. Ach so, okay, dann ich geh mal zum Trader und guck mal. Spawn die jetzt eigentlich immer wieder neu, oder? Oder sind die, wenn die weg sind, einfach weg? Ne, die spawnen die ganze Zeit neu. Was kaufen, was holen wir denn mal? Ähm, ich könnte, warte, ich hol mal. Spawning may no be disselbe. Okay, ich hab ne, ich hab ne Idee, warte. Eins, zwei, drei, so. Und dann brauch ich noch drei Fäden, ne? Was machst du denn jetzt gerade? Einen Bogen. Einen Bogen, oder was? Ach so. Weil sonst, warte mal, wie war denn das so? Ne, fuck, okay, warte, das war anders. Ah, scheiße. Ähm, so, so, war das so? Ah ja, so macht mein Bogen. Ich kann nämlich keine Bogen mehr craften. Okay, wir können hier noch... Oh, wie viele Spider sind das denn hier? Was ist denn hier? Oh, und Feile, ich hol mir noch zehn Feile, sehr gut, okay. Oh, und jetzt hab ich sechs Level, jetzt kann ich doch was ent... ...verzaubern, oder? Kann sein. Ne, ich hab mal noch 17 Diamanten, okay. Na, toll. Fuck, Alter, ich hab mich fast in die Lava geklopft. Okay, so, warte, ich mach da mal irgendwas anderes auf. Ich mach die Creepers auf. So. Oder sind die Cave Spiders sind... Ich hab gedacht, die Cave Spiders wären noch... Ach, du Scheiße, die Creeper eskalieren ja richtig. So, warte mal, ich hab mir mal ganz kurz Diamantrüstung gemacht. Warte, wie viel, wie viel... ...dias hab ich hier... Ach, scheiß, bin gestorben. Oh Gott. Ähm. So. Wie viel... Ach so, stimmt, man kann sich aus den Dias auch Dias Rüste machen. Ja, ja, klar. Ach, scheiße, stimmt, das hab ich total vergessen. Ja, wie macht man... Wo ist jetzt der Sinn hier gerade? Weiß ich nicht. Ich glaub, man soll... Man soll den... Den... Den Beacon anlocken. Ganz am Ende. Okay, die Cave Spiders sind wahrscheinlich am einfachsten. Was heißt das jetzt? Ähm. Hast du nicht gesehen, dass da am Ende... Da stehen doch... Also, ich glaub, wir sollen alle hier... Ähm. Insert Diamond Block? Ach so, wir sollen... Ah, okay, okay, okay. Ja, ja, ja. Ja, jetzt versteh ich, okay. Ja, okay, ich hab jetzt wieder 14 Diamanten. Echt? Okay, warte, ich hol dann auch gleich nochmal ein paar. So, ich farm jetzt auch noch ein paar. Ach du Scheiße, hier ist wieder ein Creeper. Jetzt hab ich's natürlich ein bisschen erschwert uns. Weil ich die Creeper noch aufgemacht hab. ...einen Helm noch. So, okay, ich hab jetzt einen Diamantblock. Okay, also dann hau den als erstes in den Creeper rein. Weil die Creeper sind ein bisschen doll am eskalieren. Die Cave Spiders, damit kann man schön leveln. Also, so gesehen. Ne, wir müssen erst einen Cave Spider tun, so wie es aussieht. Oder? Ne, da ist aber kein Trichter. Hä, warte, warte, warte. Nein, 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 warte, warte, warte. Ich hab jetzt da reingetan. Die sind jetzt weg. Ja, kacke. Okay. Ach du Scheiße, warum ist da ein Garst? Ja. Ne, weiß ich nicht. Aber obwohl Garst sind, easy. Ja, trotzdem, ist einfach ein Garst da. Ja, keine Ahnung. Ja, hier ist aber kein Trichter bei den Creepern. Okay. Okay, was sollen wir denn bei den Creepern dann machen? Weiß ich nicht. Das ist ja das Ding. Keine Ahnung. So, okay. Noch ein paar Dias für mich. Yay. So. Okay, neun Dias. Da kann ich schon mal ein... Ach du Scheiße, du bist gestorben. Kann ich mir ja schon mal ganz schnell ein Ding sammisschen machen. Okay, das ist die Frage. Oder müssen wir noch mehr Sachen aufmachen quasi? Damit wir... Das kann sein. Ich weiß nicht. Ich bin mit der nicht sicher. Wieso sind die schon wieder weg? Soll ich mal das nächste aufmachen? Hä, meine Dias sind einfach verschwunden. Guardians, Magma Cubes. Ich mache die Magma Cubes auf. Irgendwas, wo du denkst, sie werden easy. So. Ach du Scheiße. Okay. Hast du... Oh, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Immer schön weiter killen, René. Ja, ja, bin dabei. Sehr gut. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Komm. Oh Gott. Nein, jetzt esk... Nein. Hast du die Blaze aufgemacht? Nein, 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 habe ich nicht. Nein. Das war der... War der Ding sammiss da. Das war der... Ach du Scheiße. Jetzt bin ich gerade gestorben wegen diesem blöden Ding sammiss da mit den ganzen Dias. Wegen dem blöden Ghast, Alter. Der Ghast eskaliert da oben wieder. Oh, sorry. Ja, ich habe den Ghast gekillt. Ach du Scheiße, was geht denn jetzt hier ab, Alter? Oh Gott. Ja, ich bin hier schon... Pass auf, Creeper. Aua, tot. Oh Gott. Okay, jetzt... Ist hier denn überhaupt... Hier ist wieder ein Trichter, ja? Hier kannst du dann wieder, äh... Dingens reintun. Okay, so, warte. Ich gehe mal hier in die Mitte. Okay. Jetzt nicht sterben, Patrick. Okay, drei... Nein, ich habe 33 Dias. Scheiß, Creeper. Ich hole jetzt ganz schnell mehr Rüstung und den Rest machen wir dann einen Block. Okay, mach das. Hast du denn schon alles an Rüstung? Nee, mir fehlen noch Schuhe. Ich mache mir die jetzt aber. Okay, so. Hose, Hose. So, dann jetzt noch einen Helm und dann kann ich auch noch einen Block machen. So, zack, zack. Und dann machen wir noch einen Diablock. Den kostet ja nur neun. So, okay. Zack, okay, dann habe ich jetzt noch einen Diablock. Oh, jetzt kann ich auch entchanten. Ja, mir fehlen noch ein paar Level. Ich habe zwar neun Level, aber ich kann nicht erfahren. Ach, ich muss noch Lapis dazu hauen, deswegen. Ach so, okay. Scheiße. Oh, toll. Und das habe ich natürlich nicht. Ah, aua. Okay. Oh Gott. Okay, tu das jetzt mal hier in den Magma-Kübding. Ja, ja, warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Okay, warte. Ich glaube, die Creeper... Mein Gott, die Creeper. So, okay, ist drin. Jetzt kann man die Creeper ausmachen. Echt? Kann man? Er steht im Chat. Oh, ach so. Ach so. Nach einer bestimmten Zeit kann man die erst. Nee, wahrscheinlich eher... Alter, da ist schon wieder ein Gast. Will der mich verarschen? So. Okay, nice. So, hab 13 Diamanten. Echt? Warte mal, dann... Ähm... Dann kannst du mal gleich Lapis... Warte mal, wollen wir die Dias vielleicht hier mal in die Kiste tun? Falls sie wieder verrecken. Ich hoffe, die werden da nicht rausgezogen. Ich mach erst mal einen Block. So. So, okay, was geht denn hier ab? Ähm, Lapis kostet drei Diamanten. Okay, ich hab drei Lapis geholt. Oh Gott. Okay. So, kriegt man pro Schlag schon Dias? Oder was? Weil irgendwie... Ich kill hier zwar keinen ordentlich, aber... Irgendwie krieg ich trotzdem. So. Wie viel Lapis hast du geholt? Ich hab drei Lapis geholt. Ja, ich auch. Jetzt, so. Okay, zack, dann... Ich tu mal hier, äh, Lapis in die Ruhe. Ich hab Rückstoß und Verbrennung gekriegt. Oh, und für den... Für den Bogen stärker eins. Sehr nice. Sehr, sehr nice. So, ich mach mal die Creeper aus. Okay. So, Creeper sind weg. So, da mach ich mal was anderes jetzt an. Was machen wir denn jetzt? Äh, keine Ahnung. Du müsstest ja eh alles machen, also... Lass mal Pikmen nehmen, oder? Okay. So, Pikmen sind auf. Oh, ich hab was anderes aufgemacht, oder? Doch. Ja, ja doch, hier, Pikmen. Okay, weil die sind, glaub ich, nicht so schwierig. Weil die kann man nämlich schnell durchkloppen hier. So, ich geh noch mal in die Mitte und hol mir noch mal ein paar Diamanten. Ja, hol, 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 hol. Ich klopp hier alles durch, was geht. Die sind zwar hier immer alle ein bisschen am Eskalieren. Ich glaub, der Gast gibt einfach extra Punkte. Äh, kann sein, weiß ich nicht. Wenn man den tötet, oder was? Ja, ich hab den nämlich schon ein paar Mal gekillt. Aua, du hast mich geschlagen. Oh, scheiße, stimmt. Ich kann dich ja schlagen. So, man kann die jetzt auch schon wieder direkt ausmachen, so wie es aussieht, weil das schon wieder ein Trichter. Oh, scheiße, ich bin gestorben. Du hast mich glaubt... Nee, ich wurde vom Pikmen... Nee, du hast mich geschlagen. Oh. Ja, ich... Lass mich rein. Oh, Gott. Äh, so, ich mach mal ganz kurz einen Block. So, okay. Ähm... Okay, der Gast da oben hängt immer noch da. So, zack. Und noch, warte, noch ein Schlag, zack. Okay, ich hab den Gast nochmal gekillt. Sehr gut. Jetzt hab ich auch wieder Erfahrung gekriegt. Okay, ich hab 19 Dias. So, die Pikmen sind, äh, weg. Okay, so, warte. Oh, echt? Nice. Okay, gut, warte. Dann, ich hau dann die Dias wieder in die Kiste. So. Okay, was machen wir jetzt nächstes auf? Oh, da ist der Gast schon wieder. Oh, ich hab keine Pfeile mehr. Ich muss mir mal eben Pfeile kaufen. Aua. Arsch. Arsch. Nee. So. Auf welches Level hast du... So. Einfach Level 8. Verbrennung und Rückstoß hab ich gekriegt. Genau, hab ich auch. Okay, so, warte. Ich nehm mal... Nehm ich alle Dias mit? Nee, nur 10. Schutz 1 doch auf meiner Rüstung. So, dann gehen wir mal zum Trader. Alter. Oh, so. So, jetzt hab ich 35 Pfeile. Sehr gut. Ach, warte. Ja, stimmt. Die Rüstung, die hab ich ganz vergessen. Warte, ich hab gar kein Lapis mehr. So, ich auch nicht. Okay, warte. Egal, ich bin jetzt auf jeden Fall relativ gut verzaubert gerade. Weil die Dings haben es da eskaliert, nämlich sonst hier gleich wieder. So, ähm... Ich würde sagen, hast du jetzt schon was Neues aufgemacht? Nee, ne? Nee. Okay. Ähm, machen wir mal Zombies, oder? Zombies ist ja eigentlich kein Ding. Achso, schon. Warum ich so viel Dings Samus da krieg, so viel Leben krieg, so viel Level krieg, weil ich immer den Ghast kill. Das gibt ja anscheinend ordentlich Level. Oh, nein. Lass mich... Nein, nein. Nicht in die Lava. Oh Gott, das war jetzt knapp. Pack übrigens die Dias in die Kiste, die verlierst du, wenn du stirbst. Ja, ja. Ich mach mir gerade Blöcke daraus. Achso, sehr gut. Zwei Stück hab ich gerade gemacht. Okay, ich glaub, ich hab hier schon ordentlich was gekillt. So, warte. Ich versuch da mal reinzugehen. Lenk die mal ab. Sehr gut. Lenk die mal ab. So, tun wir mal einen da rein. Okay, sehr gut. Okay, nice. Okay, so gut. Warte. Wo ist denn? Der Ghast fliegt doch hier immer noch rum. Ach, da ist er wieder. Warte. So, zack. Ja. Ich bin einfach Level... Level 17 jetzt. Ich bin Level 13 gerade. So, was machen wir jetzt nächstes auf? Das gibt richtig viel. So, ich hab jetzt 19 Dias wieder. Normale Spinnen. Okay, dann lass mal die normalen Spinnen hier einmal ein bisschen wegeskalieren hier. Das geht ja nur. Du schlägst mich die ganze Zeit, ey. Entschuldigung. Dann musst du halt echt aufpassen, wenn man PvP anhat, ey. Lass dich nicht auch noch wegkloppen, ey. So, dann müsste gleich wieder hier dieser Trichter kommen. Dann kann ich direkt den nächsten Block reintun. Ja, ey. Wir machen uns ja hier auch richtig die Dias gerade. So, jetzt. Warte. Muss hier durch. So. So, zack. Wie viele Dias liegen in der Mitte? Hol mal. Ah, Moment. Machen wir jetzt mal das nächste auf. Machen wir mal. Was geht denn noch hier? Das ist wieder ein Gas. Wollen wir es Geletten aufmachen? Äh, ja. Kannst du machen. Ja, das ist, glaube ich, am einfachsten erstmal. Das ist schon wieder ein Gas. So, wieder zwei Blöcke. Zack. Ja, noch ein Gas gekillt. Nice. Nice, nice, nice. Und das gibt auch extra Dias, glaube ich. Alter, hier sind noch 35 Dias drin. Ja, und guck mal, guck mal nach Dingsamster. Wir haben richtig viele Dias gerade gefarmt, ey. Deswegen, ich verzauber, glaube ich, auch gleich mal meine Rüstung einmal ganz. Wie lange geht die Folge eigentlich noch? Äh, wir sind schon bei 16 Minuten. Ist gleich. Ja, okay. Wir machen jetzt hier noch die zu Ende. Die Skelette machen wir noch eben fertig. Und dann geht's. Sorry. Dann auf, weiter. Wow, 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 wow. Ach, du Scheiße. So, zack. Okay. So. Okay, jetzt. Oh, ja, 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 ja. Warte, alle einmal. So, okay. Warte. Dann jetzt noch die Dias einmal hier abholen. 23 Stück nur. Oh, pass auf. Und am Brennen. Ja, da passiert nix. Ich dachte schon, ey. Ich dachte, du blöckst da drin stecken. Schutz 200 Millionen, so ungefähr. So, jetzt haben wir 58 Dias. Super. Und ich würde sagen, es geht das nächste Mal weiter bei Flash schon auf dem Kanal. Also da auf jeden Fall reinschauen. Wir sehen uns dann da wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.